Wenn du heute fahren würdest, würdest du nicht mal mehr qualifizieren oder würdest du noch in der Rang sein? Nein, jene mehr. Unvergleichbar? Unvergleichbar. Unvergleichbar. Hast du mir das auch nicht besprochen? Ja, absolut. Ich kann noch, du hast es vorhin gesagt, ich kann noch nach 25 Jahren fahren, aber im Wettkampf würdest du aufgelacht werden, wenn du das zeigen würdest.